Hey, ich bin mal wieder auf der Suche nach Sprecherinnen und Sprechern für meine Cartoons. Und da hätte ich für die nächste Zeit ganz viele verschiedene Storys und Nebenrollen vorbereitet. Also wenn ihr euch vorstellen könnt, mal so eine Cartoon-Rolle zu sprechen, ihr eure Stimme zu leihen, dann würde es mich echt freuen, wenn ihr mir eine E-Mail schreiben könntet. Und zwar an flashminister.gmail.com Die E-Mail-Adresse steht sowieso nochmal in der Beschreibung dieses YouTube-Videos. Und jetzt wird es interessant, es gibt da diese Rolle, die ich da zu besetzen habe. Der heißt Martin oder auch Marti und der braucht eine junge Stimme. Kann auch eine Frauenstimme sein. Bart Simpson von den Simpsons wird ja auch von einer Sprecherin gesprochen. Also wenn ihr jung seid und euch vorstellen könnt, den zu sprechen, dann schickt mir bitte eine E-Mail. Oder ihr seid vielleicht schon ältere Herren und ja, wollt vielleicht den Direktor, den man hier sieht, sprechen. Der suspendiert in ein paar Szenen ein paar Schüler. Ja, wie gesagt, wenn ihr euch zutrauen könnt, den zu sprechen, schickt mir bitte eine E-Mail. Und dann habe ich natürlich ganz viele verschiedene Reporter und Nebenrollen, die auch was sagen. Also wäre echt toll, wenn sich da mal wieder ein paar neue Leute melden könnten. Und ja, schaut euch vielleicht mal den einen oder anderen Cartoon von mir an, damit ihr euch vorstellen könnt, was ich so alles kann. Also dann, Peace Leute. Ich wünsche euch viel Glück bei der Bewerbung und haut rein.